Hey! Ich hab wieder! Moisdok! Na ja, ich hätte sagen können, dass die Horten drastisch runtergeschlupft wurde, aus welchen Gründen auch immer. Da hätten wir UFOs. Genau, die Horten ist jetzt auf 07. Ja, ich hab drastisch gedrückt. Sehr schön. Hallo, Freund. Du lebst gefährlich. Hi. Moisdok heißt, im ungarischen Toiletten. Toiletten. Ja, Peter. Ja. Hab ich doch auch so gesagt, oder nicht? Du hast irgendwie den Singular genannt. Ich lande das Ganze vor. Ich weiß nicht, ob du das unabhängig gemacht wird. Aber ist ja auch nicht geil. Äh, ich hab nicht bekommen, Caption geht nur bis, nur ein gewissen Höhe. Nö. So. Weit waren. Weit? Na wei, ne? Also... Du bist 1,5 Kilometer, oder so. Damn you, neu. Mir wird oben angezeigt, dass ich quasi im Bereich drin stehe. Okay. Ja. 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 Ich muss erstmal... erstmal eine Fairy Firefly umbringen. Was? Was? Eine Fairy Firefly. Was hab ich alles verpasst? Du hast einen ganzen... Ähm... Du hast eine ganze Spalte britischer Flugzeuge, Papas. Ah, ja. Also eine Fairy, wie besser. Fairy, ähm... Ist die Firma, das ist mitweblich, ne? Ah, ok. Ich krieg's da noch raus aus. Ja, aber Fairy ist cooler. Ja, wie Leute hier immer Viewfighter sagen. Oder sogar sich trauen Beautyfighters zu sagen. Was ich hier richtig egelhaft finde. Ja, ja. Oh, ne Fok 190, die brauchst du ja nicht mehr, oder? Kannst du da haben. Die kriegt's mir bis zum Schluss. Okay. 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 Wenn ich gleich noch ein Krieg gemacht, das reicht mir für... ... die Shack. Folgen hättest du damit nicht müssen. Ja, auf jeden Fall, dass sie doch umgedreht hätte und ich noch ein paar... ...hätte reinhauen können. Ja, aber lieber im Kreis bleiben, das ist immer... ...In Air Domination ist das ziemlich witzig, wichtig. Ich krieg's sich jetzt auf, wenn man gewinnt. Ich Deutsch. Und Deutsch. Können. Die 51. Die Tatsache nicht Deutsch. Ja. Ich werde beschossen. Ja. Bin tot. Boah. Ich auch. Haben noch zwei, drei Wohnhäuser mitgerissen. Das war's mir wert. Like never. Ich hab' vergessen, dass Air Domination... ... also die Air Domination einfach Materialschlacht ist. Ja. Wir sind nicht beste Staffel. Das musst du ändern. Aber Florian hickst. Ja, tu mal was, ey. Ich hab' am Schluss gemacht. Wir können nicht beste Staffel sein, wenn ich alleine für uns beide carry'n muss... ... nach ewig langer Nicht-Spielzeit. Das geht besser. Uh, aber was reicht. Ah. Okay. Ich hab' halt meine beiden besten Flugzeuge gerade schon verbraten. Zweifel. Ja, Spitfires halten nicht viel aus. Vor allem, wenn die gegen großkandidierige Flugzeuge fliegen. Ja. Vor allem seit den neuesten Änderungen, die es ja gab. Ich mein' ich mag die neuen Änderungen, weil die wirklich... ... einige Sachen verbessern, aber... ... andere Sachen machen die auch echt nicht mehr so schön, wie sie eigentlich sein gehören. Nett aus. ... und zweit. Ach ja, aber doch, nach... ... fast einem Monat oder so... ... Direkt-Erd-O-Nation ist schon schön. Ja. Ja. Oder war's nicht drei Wochen? Kind of, ne? War ein Gemüse. Und wieder tot. Ich wollte kurz fragen, wie ich's noch zu retten. Ja, doch, ich war die ganze Zeit schon in dem Gebiet. Wahrscheinlich auf der Halb-Tot. Die haben natürlich auch sofort alle verfolgt, was soll ich denn sagen? ... 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 Weil ich solche Sprüche einfach nicht mag. Deswegen habe ich es ja gesagt, weil solche Sprüche eigentlich keiner mehr mag. Ja, das heißt aber nicht, dass dich die Tatsache, dass das alle machen, vor Schlafenschonung. Das ist voll der Steel Killer. Was ist das denn jetzt? Weil ich das sage. Ach so. Weil sie deine Aufsagen doch mal auf begründete Fakten. Du hast einen Kill gestohlen. Nein, hab ich nicht. Doch, du hast gesagt meine und hast auf die Leute drauf geballert, die drei andere auch noch drauf geballert haben. Nein, ich habe zuerst auf den Kai drauf geballert. Und die wollten ihn klauen. Wenn die ihn klauen wollten, warum hast du dein Flugzeug abgeschossen? Weil sie ihn nicht geschafft haben. Das ist einfach so. Simpli as it is. Wir reden doch von einem Clown, oder nicht? Nein. Ich rede von einem Wetter, Mann. Ich rede von einem Wetter, Mann. Ja. Dafür darf sie nicht getroffen werden und ich werde gerade ständig getroffen und dann bin ich sofort kaputt immer. Ja. Ja, weil... ...ich habe dafür sogar noch eine Abtassierung bekommen. Ich habe da eine ganze Menge drauf geballert. Dammit! Ja, dann kann es aber nicht von mir gewesen sein, dass du jetzt den Team abbekommst, ne? Und dann hast du das nicht einmal gemeint. Nein, habe ich nicht. Du hast einen Lupinen, also einen Lupinen dritten abgeschossen und den meinte ich. ...und dann den weg. Mach das. Mach das. Ich bin froh. Ja, ich weiß. Danke! Was war das denn jetzt? Das war ein Teammate. Das habe ich gesehen. Der ist die ganze Zeit hinter mir geflogen. Ist sein Geld hat er sich durchverliert. Er hat sorry geschrien. Kepler, John. Ich wollte, dass ich entschuldige, ist ja alles in Ordnung. Weil ich habe ja gesehen, dass der einfach nur scheiße geschossen hat hinten. Ja, haben gewonnen. Ja. Bestrafer. Bestrafung? Bestrafer. Ah, Bestrafer. Bestrafer, ach. Elf Minuten, das ging schnell. Geldschabier. Was ist denn? Na wirklich, was ist das? Was? Ich habe hier drei Muttern, zwei mit Flugzeug, einen mit Panzer. Was? Steht das nicht dran, wenn du drüberhörst? Nein, steht nicht dran, wenn du drüberhörst. Das hätte ich ja nicht gefragt. So doof bin ich nicht. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich muss gerade die ganze Modifikation nochmal durchgehen. So, fertig. Nein, noch nicht ganz. Äh, ja, ja, noch mehr forschen. Da forscht die Abdeckung. Ich habe so eben die Sea Hurricane Mark IIB freigeschaltet. Aber die ist nicht unbedingt geil für das Level, was ich gerade spiele. Das war's, es steht nicht dran. Yay. Also war ich auch geführt. Das war's, es war's, es war's, es war's, es war's. Mag sein. Okay. Hat mir jemand eine neue Mutter für die Ischard geschenkt. Immer recht sein. Nixerei. So. Ich hoffe, welchen Schutz ich als nächstes erforschen will. Servus. Okay. Und zwar.